Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Weiter geht es. Soundcheck. Passt. Weiter nach oben. Automatisch speichern. Mann, hier geht es hoch. Hm. Wer weiß, nach oben muss hier denn noch? Lichtung der Ahnen. Hm. Heißt, da müsste irgendwie so ein Mottenpriester sein? Mottenpriester? Nein, Messer des Mottenpriesters. Was ich brauche. Ja genau, jetzt wird auch mein Akku, jetzt geht es um mein Akku meines Timers, Alter. Hehehe. Nicht sonderlich beeindruckend, oder? Wenn dieser Ausflug umsonst war, werden euer Freund Nexion und ich nach unserer Rückkehr ein paar ernste Worte zu wechseln haben. Mhm. Mann, wie weit geht die Höhle noch? Hoffentlich hat sie hier nicht irgendwas eingenistet. Hm. Wow. Seht euch nur diesen Ort an. Hier ist seit Jahrhunderten niemand gewesen. Ich bezweifle, dass es im ganzen Himmelszeit einen Ort wie diesen gibt. Es ist wunderschön. Hilfe. Ich hänge fest. Der Weg führt hier entlang? Wir haben das Messer. Jetzt müssen wir nur noch einen dieser Kantikum-Bäume finden. Hoffentlich mögen die Motten die Rinde so sehr, wie es Dexion gesagt hat. Da geht sie euch an. Sie haben euch definitiv ins Herz geschlossen. Und wenn ich mir das nicht anbilde, beginnt ihr zu schimmern. Hehehe, ja. Ja. Okay. Wo ist denn noch ein Schwarm? Da auch noch. Wo ist denn noch einer? Da hinten. Da hinten. Und da. Ich glaube, das könnte genau das sein, worauf wir gewartet haben. Gehen wir zurück nach oben. Vielleicht können wir die Schriftrollen ja lesen. Jo, hallo Lichtsäule. Objekte. Bücher. What the heck? Okay. Alles in Ordnung? Ich dachte schon, ich hätte euch verloren. Ihr wurdet kreidebleich. Okay. Ich konnte es in euren Augen sehen. Ihr machtet den Eindruck, als wärt ihr ganz weit fort. Oh ja. Und Aureils Bogen? Wisst ihr, wo wir ihn finden können? Dann ist es fast vorbei. Wir können diese lächerliche Prophezeiung endlich aus der Welt schaffen. Wo liegt diese Schwarzfallhöhle? Dann lasst uns jetzt aufbrechen. Ich will dort ankommen, bevor mein Vater die Gelegenheit hat, uns aufzuspüren. Nicht viel. Er taucht in geschichtlichen Überlieferungen an manchen Stellen auf. Aber man muss schon genau danach suchen. Soweit ich weiß, wurde er nie von einem Vampir geführt. Das wäre mal was Neues. Was ist das? Da seid ihr gekommen. Okay. Ich würde sagen... Wo bist du? Oh ne, 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 ne. Oh ne, ne. heilung heilung noch heilung mann wo kommen die alle her ich habe das schon beim so waren das alle ich hoffe schon dass es immer mit gewalt enden muss naja bei diesem vampir kann man es ja verstehen mensch 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 die vampir sind halt richtige plagegeister so 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 okay ich bin ziemlich weit oben wo bin ich hier hier oben keine ahnung welches was davon jetzt am nächsten ist aber egal denn ich mache jetzt hier wieder einen cut und bis zum nächsten part so so